Ey, das ist echt schlimm. Ja, dann lass uns überraschen hier. Kaffee Dostoevsky. Juhu! Ja. Sobald ich jetzt ein 10-0 habe, kommt das auf YouTube. Genau. Ich dritte die Daumen. Dankeschön. Incoming. Jetzt erstmal ein 5-Mann-Fuse und sowas. 5-Mann-Fuse. Das hast du das letzte Mal schon angesagt und nicht hingekriegt. Nein. Doch, das warst du. Nein, das habe ich nie gemacht. Doch, doch, doch. Ja, ich hau jetzt 5-Mann-Back. Ja, ja. Danach warst du froh, dass du mit deinen 10-16-Bomben überhaupt eingetroffen hattest. Mit meinen 8. Ja, was ist das? Ich glaube, der macht immer noch 4. Ja, ja, 4. Das war's doch. Einmal Fuse und 5-Mann-Back-Runde gewonnen. Check. Das wäre geil. Ja, das wäre echt... Ob ich das jemals erleben werde. Oder wenn die Library oder so haben. Was machst du da? Warum lädst du so lange hier? Well, what the fuck? Keine Ahnung. Was ist los mit der Library? Ah, die... Ah, keine Ahnung. Da. Alles tut jetzt. Hm. Find the biohazard container location. Okay. Das ist laut. Ja, ich hör's auf. Ich muss mal wieder meine ganzen Audio-Sachen an... ...anpassen, weil... ...das ja wieder ein anderes Headset sozusagen ist. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ganz oben, hm? Ne, Zigarren. Also, äh, let's train... Ach, Museum. Oh, nein! Egal. Ja, die haben auf jeden Fall News. Ich hab's nicht geschafft, über seine Falle zu sprechen, leider. Ach, Falle. Egal. Egal. Biohazard container located. Procedure location. Einer ist hier im ersten Raum. Also, in... Einer ist hier drin. Einer könnte auch hier sein, also aufpassen damit. Aua. Hab ich's hier riecht? One could be outside. Okay, also die Trapdoor ist down. Das einer könnte unten sein. Ja, ich kann natürlich nicht drauf. Okay, so im ersten Raum ist keiner. Earl in the train room. Toll, die haben mir die Tür gar nicht zugemacht. Ich seh da doch mal einen. Wie hat denn der das gemacht? Ja, nix klar. Das will ich sehen. Ah, na klar. Na ja, gut. Rook ist runter auf 50%. Gott, Gott. Die haben nicht geflasht. Ist okay. Finde ich super. Der ist so tot. Oh, ist die Ecke dunkel, Alter. Da sieht man ja fast gar nichts. Da sieht man ja fast gar nichts. Da sieht man ja fast gar nichts. Ja, gut. Ich steh da nicht. Nein. Ich steh da nicht. Du hast ihn ja fast gar nicht geflasht. Ja, danke. Vielen Dank. Wir müssen den Biohazard-Kontainer schützen und sichern die Runde. Ich hatte eigentlich auf den selben Raum gehofft, den die hatten, aber naja. Hier oben ist auch nicht so schlecht. Dann halt hier unten. Ja hier oben. Boah Alter, was glaubst du denn bei dir? Ich hör alles bei mir. Ja, warte kurz. Das hab ich noch nicht ganz runtergestellt, leider den Zahn. So. Jetzt müsste es besser sein. Beide Fenster. Sind die offen? Guck auf das hier. Achso, das ist so gar nicht. Da hat er aufgemacht. Ja, ja. Du bist da unten, okay. I'm looking at this window here. Knarger. Zahn in. Was? Unter mir? Oh mein Gott Was ist denn Piss da? Ash, habe ich? Oh, danke schön Oh Oh Oh, I injured someone in the locker mat Ich hatte ein ganzes Spielball Was? Ja, oh mein Gott Ich habe meine Neidschüssel in der Luft zerschossen Können die bitte noch mehr Glück haben? Oh, das gibt es noch nicht Also dieser Rino KZ Der ist runter am großen Fenster runter Bada ba Okay 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 Thank you Still in the room Thank you Thank you man Thank you very much Pass auf am Fenster links von dir Denk dran an das linke Fenster Da können wir auch schräg durchgucken Ja, aber da ist ein Loch drin Der kann dir ein Headdy geben Okay Hey Malek, nobody from there Jo Same room as Blitzvorgang Offshore eliminated Mission successful Hm? 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 Ich finde gerade waren da drei Drei Leute drin Und jetzt war da auf einmal keiner mehr drin So, jo Okay Cool, ich guess So, jetzt nochmal Fünf-Mann-Fuse incoming Mhm, genau Ja, jetzt aber Gerade wurde ich verarscht Find the Biohazard Container location Ich geh Küche Ich bin immer den beschissensten Spawner Ich bin so weit von dieser Tür weg Wo du, Tür weg Wo du reingefahren bist Ich hab's ja Als ob das ich gerne nicht wissen will Vielleicht tut es auch Naja Ah, Küche Okay Dok läuft ganz dick an mir vorbei Oh Oh Also wenn ich mich hier nicht sehe Dann ist das geil Er ist in der Schraubung. Er ist in der Schraubung. Er ist in der Schraubung. Jetzt mal. Was denn? Gut, dass er als erstes reingegangen ist. Drauf kommt? Ja. Hallo. Er ist mega hell. Oh, Feind draußen entdeckt. Ja, der ist wieder reingegangen, der war auch oben drauf. Hä, wieso ID ich gerade Gegner? Achso, mit meiner Kamera. Ist der Mann nicht da drin, hä? Meine müsste auch noch drin sein. Hey, weißt du... Okay, dann lade ich jetzt erstmal nach. Lad doch mal nach. Ja, ich mein, ich hab zwar nur noch 83 Schuss, aber trotzdem. Da ist glaube ich keiner dahin. Ja, ich wollte nur sicher gehen. Achso, okay. Ich mach mal, ich pass auf. Ah, der liegt... Frost liegt geradeaus durch auf dem Boden, aber ist jetzt weg. Schade. Warte, ich versuch mal durchzufüßen. Mhm. Die lag da hinten auf dem Boden. Habe ich, ich hab sie da... Da war sie eben gerade. Sehr schön. Einnehmen, 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 ganz locker einnehmen. Wenn wir nicht da sind, dann... Naja. Die sind hinter uns, wo wir reinkommen. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Gucken, sehen wir jetzt. Ne, Rook. Hä, was? Rook war doch noch am Leben. Hä? Okay. Okay.